Sehr gerne erkläre ich euch ein bisschen was zu dem Schneespaß mit den Ponys. Das eine ist Skifahren hinter dem Pferd oder Pony. Dann gibt es ein spezielles Geschirr, was man da dran machen kann. Und dann hängt sich einer mit den Skien hinten dran. Das müssen aber auf jeden Fall so Schnellverschlüsse sein, die auch aufgehen, wenn man stürzt. Und dann natürlich jeglicher Schlittenspaß mit den Ponys. Da reicht ein einfaches Kutschgeschirr. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.